Im Endeffekt zählt nicht die unsere Meinung, sondern das, worum es sich gehen sollte in dieser Welt. Recht oder Unrecht, und dieses sollte jeder zugesprochen bekommen, egal wer er ist. Ihr könnt mich hassen und verachten, doch das sind Fakten, mir ist egal wer du bist. Wenn du Recht oder Unrecht hast, muss oder sollte ich, dieses anerkennen und dir Recht geben, oder Unrecht, wenn du im Unrecht bist. Egal ob du rechts, links, gerade oder ungerade bist, ob kriminell oder nicht, ob Richter oder Polizist, Arzt, Wissenschaftler, arm oder reich. Das was zählen sollte ist, ob du im Recht oder Unrecht bist, ganz einfaches Prinzip. Doch nicht jeder Mensch sieht es, wie ich in diesen Punkten sichtweise. Diese Welt bewegt sich am Rande der verhassten Sichtweise. Dass wenn einer ihren Vorstellungen nicht entspricht, er von ihnen kein Punkt Recht zugesprochen kriegt. Auch wenn er im Recht ist, und so berauben sich die Menschen in dieser Welt. Die Wahrheit, um die es sich im Endeffekt geht. Die Wahrheit in Form von Recht, die nur ein Weiterbringt. Die Wahrheit in Form von Recht, die nur ein Weiterbringt. Nanananana... Dari, 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 dari ví, da... Na-na-na-na-na-na-na-na Amen.